Man! Warum klappt der nicht aus? Hallo? Hä? Aber bin ich jetzt besoffen? Jetzt sag nichts Falsches. So, jetzt aber. Ja, da walzt die Wiesen einmal, dann sind die völlig. Beziehungsweise, warte mal, guck mal eben auf den Kartoff, die überhaupt gewalzt werden müssten. Yes, man. Wenn nicht, miete die neue Sähmaschine, kannst du mitsehen. Sag mal was, Micha. Hm? Warum? Die schaut man gar nicht im Stream. Weiß warum? Weil, der Discord wieder mal nicht eingebunden ist. Das ist sehr, 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 ja. So, jetzt, wie sind wir da drinnen? Oh Gott, wo hast du sie ins? Anwendungs-Audio? So. So. So, mit dem Media Player, ne? Nee. Der ist da. Verstehe ich nicht. Irgendwas läuft hier schief. Aber ich weiß noch nicht was. Aber das finde ich noch heraus. Ganz bestimmt. Was ist das, Finn? Nix. So. Ähm. Ja, ähm. Jetzt sag nicht Kurt. Ja Gott. Ja, nee. Nicht, dass du mich ruhtst. Also Walzen brauchen wir nicht. Ja, gut. Dann... Kannst du überlegen, was du machen willst. Mit säen willst, oder? Ich nehme andere Sammelmaschinen und probiere es noch einmal. Ja, ja. Guck mal. Oh. 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 In dem Fall, Buden. Lecker, lecker, lecker. Soll keine Werbung sein. Bei dich, Herr Tor краiftungsakt. Nein, 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 nein. Hinn. Wieso... macht meine Sümmaschine gerade so viel Mist? Verstehe ich jetzt nicht. Irgendwas ist hier gerade sehr komisch. Du pustest ins Mikro. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, was ist das jetzt, was ist das, ist das jetzt eine Katze oder was? Ich wollte dir gerade schon sagen, stell deine Karte ab, der ist rollig. Ich habe nicht nur einen Kater, ich habe eine Katze auch. Ich bin schlecht. Gut. Wir sind beide in die Mikrowelle. Okay. Ja, tut mir leid, die Katze gehört mir und der Kater gehört meiner Frau. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so eine starke Nasenbooster habe. Ja. Das ist nochmal schweratmet. Ja sicher. Was denn? Das ist eine Aufnahmenrahmtüte. Muss ich das wieder rausschneiden. Ich kriege einen Föhn. Ich weiß demnächst, wer mein Cutter wird, glaube ich. Kann der Micha machen. Der kann der neue Cutter werden. Und dann missammel ich den erstmal richtig, dass der direkt flucht. Dann mache ich zwei Stunden Videomaterial in einem Video und mache alle zwei Minuten, mache ich da irgendwie was rein. Lass mal an, Spaß. Ja, meine auch. Was macht mein Sohn? Nichts. Alter, der ist schon wieder so lang geworden, ne? Mhm. Das ist sehr verzögert. Gut. Ja, aber ich weiß nicht warum. Oh. Ja. Oh. Ähm. Ähm. Also, der Delay ist schon hardcore. Ich will bei Dausd'n das Drucks her. setzt es geht nicht weiter das muss dann twitch je nachdem wie viel kapazität die auf dem server haben egal alle liebe zuschauer leider haben wir einen ziemlich großen delay und ich habe es bis jetzt nicht geschafft den zu entfernen ich weiß auch nicht mehr weiter ich schätze dass schon wieder twitch überlastet ist aber es ist witzig ich fahrtsuche das ding ist also vorher wenn ich weg bin ist gelb und wenn ich zurück war ist es rot ok wann ist rot der steine sammler keine ahnung was das jeder ist hier weil meine bandbreite schaut gut aus obwohl ich weiß nicht warum der gerade mit über 8000 kilobits rumschaufelt er hat glaube ich nur 7 eingegeben er schaufelt mit 1000 mehr raus als er sollte ok egal wie gut dass ich das set-up system habe auf single core äh single set-up wäre schon schwieriger ein bisschen naja das thema hatten wir ja schon ein paar mal ne mhm das spiel abgekackt ruckel ruckel naja ja dann machen wir jetzt hier noch so eine 2 3 4 5 aufnahmen zumindest sehen wir raps fällig und dann ich glaube das hat einen bug was das fällt mhm wieso so ich habe die andere jetzt genommen ja nehmt zuerst wieder nichts ok ok ja gut dann ist es so ja dann machen wir jetzt auf jeden Fall den raps fällig dann würde ich sagen Sonntagboros hat es fällig oder naja ja gut dann wir eventuell da hingehen auch noch ein paar Aufnahmen machen ja 59 verpackt ja passiert mhm hahaha vielleicht hat er schon gefixt ich habe das update ja gar nicht drauf achso ja sind wir kurz von selber kurz also mach das einmal fertig und dann können wir ja die ganzen updates einmal raufschmeißen äh äh geht gar nicht wieso ich brauche upload und upload ist gerade blockiert äh extrem blockiert oh wenn ich jetzt anfange irgendwas hochzuladen dann dauert das erstens 10 Jahre und zweitens 15 Millionen Milliarden Stunden naja ok soll ich mal kurz ich geh mal dann von was selber ich wechsle jetzt dann um oder auf vorerst ich bin noch nicht soweit wir haben erst eine gleich zwei Aufnahmen ok deswegen sei ja ich mache eben dann raps fällig dann sollten wir erst mal mit haben dann sollten wir erst mal mit haben mhm das klingt so zuckerlös ne hier war anderthalb ok passt zwei nächsten Monat wird zu zwei oh was soll das denn hallo du pusterst das tut weh im Ohr an ey ich ich ja tu denn einmal irgendwas ich hab's auch nicht gepustet das gibt's nicht so ich 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 ähm so ja so es haben wir auf jeden fall dann auch mal wieder ein bisschen was gemacht ja wird es auf jeden fall regelmäßig werden will ich gegen ausfälle spontan weil irgendwas dazwischen kommt das passiert das ist bitte wie oft denn noch ja da muss die aber kurz ja mich ja oder ob wir erstmal nur bauen wir müssen jetzt damit zurecht finden okay dann werden wir gucken dass du erst mal ein sperr kriegst und bogen bauen können mit sperr kannst du dich auf jeden fall schon mal verteidigen ok wenn ich rennze zur hütte und stellt sich hinter den stromzaun dann geht das auch recht dann aber hat dann hast du keine probleme mit dem viecher oder rennt zu mir weil ich habe katana nur besser der katana